Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der 5. Zürich von der Aktion Pro Ski vom Lechtensteinischen Skiverband. Wir sind heute hier zu Gast in der Geschäftsstelle vom Lechtensteinischen Skiverband in unserem Führer. Als Glücksfee haben wir hier unseren Athleten, Martin Pfiffner. Marco hat sich schon einmal Gedanken hergestellt. Heute wird es ganz, ganz spannend, weil heute züchern wir das erste Auto dieser Saison. Es wird heute ein Audi A1 verlost und einen Barpreis von 5'000 Franken. Marco, wir reisen jeden Morgen auf Borneo an, im Weltcup. Was sind so die Erwartungen, was schlimmste war für dieses Wochenende? Ja, ich will das erste Mal in Borneo sein. Was man so hört, ist ziemlich easy, ziemlich schwer. Von daher bin ich gespannt. Wir müssen mit der Quali fahren und mit dem Platz und schauen, wenn er rauskommt. Also ich muss sagen, wir sind definitiv auch gespannt. Gespannt sind wir jetzt auch auf die Verlosung. Darum gehen wir jetzt auch nicht mehr zu lange rum. Marco, ich bitte dich gerade einmal gut durchzumischen und dann müssen wir uns gleich den ersten Preis machen. Das ist der Barpreis von 5'000 Franken. Ist nicht los. Push. Das Los ist gültig, es heisst es ist zahlt, das Los mit der Nr. 158 hat den Barpreis von 5'000 Fr. genommen. Herzlichen Gratulation, dem oder der Gewinnerin. Wir werden das Los jetzt wieder in den Topf rein, weil jedes Los nimmt immer an allen Züchelgeteilen, auch wenn es schon etwas drin hat. Dann mischen wir das gut durch und machen uns eine Züchelung von 3'1. Ob den Isolfer, Isop-Flüsser oder den Knieser von der leckeren Heißbetränke an den Markt steht, die 2'1 ist garantiert. Schrank. Auch dem war der Gewinnerin eine ganz letzte Gratulation. Wie immer werden Sie von uns schriftlich benachrichtigt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Danke Marco, die fürs Assistieren. Und wir drücken den Beten nach oben. Danke. Ciao miteinander. Ciao miteinander. Cheers. Untertitelung des ZDF, 2020